So, in Kürze geht's los. Ich darf noch die Aufstellung unserer Heimmannschaft bekannt geben im Tor. Christopher Folter, Mitte Nummer 8, Christopher Scharrach, 9, Marco Baumgartner, 10, Emmanuel Blasio, 11, Christoph Schoeswoll, 13, Michael Schoeswoll, 20, Michael Schmid, 22, Philipp Graubö, 23, Kevin Janssen, 24, Dominik Heinrich und 30, Christian Feldes. Auf der Ersatzbank fällt dem Tor Patrick Schäfel mit der Nummer 12 Ariane Gosch, 14, Gabriel Hauptvogel, 17, Philipp Berz und 26, Lukas Eichner. Applaus 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 Ja! Ja! Applaus Sie haben die 3.1. Und die 2.1. Rekord, Rekord, Rekord! Rekord, Rekord, Rekord! Rekord, Rekord, Rekord! 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 Rekord, Rekord, Rekord! Rekord, Rekord, Rekord! Rekord, Rekord! Rekord, Rekord! Rekord, Rekord! Rekord! Rekord, Rekord! Rekord, Rekord! Rekord, Rekord! Rekord, Rekord! Rekord, Rekord, Rekord! Rekord, Rekord, Rekord! Rekord!